Feuerio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Splatoon mit meiner kleinen lieben Freundin Miri. Hallo, ich bin weder klein noch lieb, aber ich bin Miri. Hallo. Ja, da hast du natürlich recht. Wie ihr seht, haben wir heute zwei ... Wir haben eine neue Map, Manta Maria oder so, das Schiff. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drauf gespielt habe. Ah, da haben wir doch ... Nee, letztes Mal hatten wir diese Arena, diese Skate-Arena und den Turm. Ach ja, richtig. Aber die haben das Schiff schon gespielt. Oh, wir sind nicht in einem Team. Oh nein, ich kenne die Steuerung nicht. Ich spiele ... Wenn ich selber spiele, spiele ich immer nur im Handhalt-Modus. Das ist echt ein Fehler. Oh Mann. Also man muss sich auch schon auf eine Steuerungsart einstellen. Nein, ich bin hundertmal besser, wenn das im Handhalt-Modus ... Hundertmal, das ist so entspannend, das so zu spielen. Ich bin manchmal nicht ganz sicher, ob ich die Steuerung invertieren sollte oder nicht. Das ist eher mein Problem. So. Kann man auch noch ... Ja, du kannst halt dafür sorgen, dass du ... Na ja, mit hoch und runter vor allen Dingen. Nicht links, rechts, glaube ich. Wo sind denn deine ... Wo sind denn meine Leute? Ach, da hinten bist du. Suchst du mich? Suchst du mich? Und ich bin tot, keine Sorge. Okay. Ah, da sind Minen. Aua. Da ist wohl gerade eine Mine neben mir explodiert. Dankeschön, Nico. Curling-Bomben. Man hat mir auch, äh, ups. Man hat mir auch geschrieben in den Kommentaren, dass diese Zahl neben der Superwaffe nicht bedeutet, wie, ähm, wie viel ich damit getötet habe, sondern wie oft ich sie eingesetzt habe. Wie langweilig. Ich dachte, das Ding würde angeben, wie viele man erwischt hätte. Freunde, hier, fangt das. Na, 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 na. Warte, jetzt mal auf hier mit der Scheiße. Alles ist bunt. Mit eurem hässlichen Nila. Oh Mann, ich hasse diese Steuerung. Ich treffe halt nicht. Miri, es hat meine Bombe gefressen. Das war die Bombe. Du hast nicht mal selber geschossen. Nö, 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 das war die Bombe. Alles gut. Ich geb dir gleich selber Scheiße. Bombe. Ah, Lamm, 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 Lamm. Hat er dich gekillt? Nein, ich ihn aber. Mit deiner Bombe. Mit meiner Lieblingswaffe, der Bombe. Da treffe ich mehr Leute als mit allem anderen. Du bist so ein Arsch. Ja, weil man damit nichts können muss. Miri, ist das cool. Ihr wart ja zu zweit. Du hast mich nicht getötet. Aber meine Bombe hätte dich getötet, wenn du noch ein bisschen näher gekommen wärst. Aber du hattest Angst. Warum kann ich mich denn jetzt nicht teleportieren? Ah nein, verdammt. Jetzt wurde ich von der Bombe erledigt. Das ist nicht fair. Robobombe. Leck mich. Kannst deine Bombe dir in den Hut schmieren? Ich hasse das. Warum kann ich denn nicht aufnehmen, wenn ich, wenn ich... Wenn man den Handheld, wenn man die Switch im Handheld-Modus hält. Ja, das ist fies, dass das nicht geht. Das ist wirklich richtig fies. Ich hab keine Tinte mehr. Wow, das ist eine Bombe. Er hat mich getötet und es hat wie ein Vollidiot in den Abgrund gelaufen. Das passiert in dieser Map aber auch viel zu schnell, ehrlich. Leute, da sind die Grünen. Leute, wir müssen jetzt mal hier Gas geben, Leute. Sonst verlieren wir gerade ein bisschen. Ihr verliert nicht. Da hat einer unsere halbe Base grün gemacht. Das finde ich dann wiederum gut. Boah, ich treffe... Leute, es tun mir leid. Normalerweise bin ich in diesem Spiel besser, wenn ich spielen darf, wie ich will. Ja, du darfst ja spielen, wie du willst. Mach doch einfach. Wie kann ich denn im Handheld-Modus spielen? Das nimmt ja dann nicht auf, leider. Weil die Switch das nicht zulässt. Nintendo. Das kann ich dir auch nicht sagen, wie du da aufnehmen willst. Ich finde das fies. Oh, das sieht... Ich weiß das nicht. Ehrlich nicht. Ich glaube, ihr. Nein, ihr! Ganz knapp. Weil die ja da oben nicht richtig eingefärbt hat. Übel. Ja, stimmt. Wieder unsere Seite, die man wieder gedacht hat, nein, warum sollte unsere Seite... Warum nicht so schlecht? Ich hab natürlich auch noch gar keine Effekte auf meinen neuen Klamotten. Ach, deswegen bist du so schlecht. Natürlich. Ja. Leck mich. Das sind bestimmt nur Mini-Effekte. Ja, ich glaube auch. Guck mal, ich bin ein toller Hecht mit elf. Ich bin ein kleiner Fisch mit zwei. Immer noch. Oh, cool. Das vollständig. Wenn du so die Leute siehst in den Kommentaren, ach, ich bin schon Level 50. Ich level 8 Milliarden. Ich glaube, Level 50 ist max. Und dann, ich hab schon die und die Klamotten. Ich mach immer damit alle platt. Ihr habt mir echt coole Waffen vorgeschlagen. Und ich werd die mal nach und nach ausprobieren. Aber ich hab noch gar nicht so viele zur Verfügung. Mit Level 9 ist man irgendwie sehr eingeschränkt. Ja. Ab Level 10 wird's besser. Glaub ich. Na dann. Oh, es fehlen noch zwei. Komm, miet, miet. Komm, wieso spielt ihr nicht, wenn wir aufnehmen wollen? Hm, Leute? Dann musst du mal twittern nächstes Mal. Aber dann ist es immer noch so random. Wobei, die haben ja auch schon mit euch gespielt, obwohl wir es nicht angekündigt hatten. Also, wir haben für uns gespielt und dann warten auf einmal Zuschauer dabei. Das war witzig. Nein, Christophe, den kennen wir doch. Ja. Hallo. Welcome back. Sei gegrüßt. Das Problem ist, die Leute müssen mich ja dann auch als Freund hinzufügen. Dann würden sie ja auf jeden Fall mit reinkommen. Ja, das wäre ja scheiße. Dann komm ich ja am Ende vielleicht nicht mit rein. Ja, aber wir könnten ja vielleicht mal einen Stream daraus machen, wo die Leute halt mitspielen. Und dann machen wir da einfach... Wir spielen 24 Stunden, Stunden Splatoon. Ja, bestimmt. Wir haben einen Sniper dabei. Das heißt, wir haben verloren. Oh nein, das ist das Schiff. Ich kenne die Map gar nicht. Ah doch, nein, das ist die Camper-Map. Nee. Nee. Da hat der Sniper natürlich echt gute Chancen, ne? Warum miaut denn unsere Katze die ganze Zeit? Weil ich sie nicht streichle, obwohl sie neben mir sitzt. Boah, das ist schon echt fies von dir, ne? Ja, ich bin so ein arroganter Penner. Die haben keine... Warum komm ich? Diese beknackte Säule nicht hoch. Was ist denn los? Oh. Was war denn das gerade? Warum bin ich denn da jetzt nicht hochgekommen? Sag mal, Kollege. Oh nein. Wieso? Wieso? Christophe, entschuldige. Ich hab da was falsch gemacht. Wieso regnet das hier? Ih, wieso regnet das? Was ist das für eine Ability? Hallo? Es ist nett sein. Äh, nett sein. Falsches Spiel. Übel. Der Sniper, der... Hat der jemand getötet? Aber dann eher aus Versehen, glaub ich. Wie aus Versehen? Also ich weiß nicht, spielt ihr den Sniper? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, Sniper ist so überhaupt gar nicht meins. Sniper ist nix für mich. Miri! Was? Wie, Miri? Verschwinde aus unserer Region. Ich bin nicht unter eurer... Jetzt bin ich in eurer Base. Hä? Kannst du voll vergessen. Fuck, ich kenn diese Steuerung nicht mehr. Wie löse ich denn mein... Mein Ultra aus, mit welcher Taste? Also ich muss draufdrücken und mit welcher setze ich's dann ein? Äh, A drücken? Ich weiß es gar nicht. Das überfordert mich echt. Was zum Hölle? Ah, Alam, Alam! Wie so, ist das Wasser? Ich hasse diese Steuerung von ganzem Herzen. Ja, die normale ist natürlich wirklich einfacher. Da gebe ich dir recht. Und viel zielgenauer. Ich treffe hiermit nichts. Wollten wir nicht die Kabel anschließen, damit es ein bisschen einfacher wird mit dem Steuern? Wegen dem leichten Delay? Du triffst mich, ja? Das ist alleine schon... Ach, was soll denn das Kabel? Warum rappeliert ihr denn jetzt und werft Sachen vor meinem Schreibtisch? Das ist nicht wirklich hilfreich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Toll, Piri. Ja, komm jetzt her und guck mich an. Danke für deine Hilfe. Na, jetzt hat's Map geschwommen. Also, weil ihr merkt, ich bin nicht wirklich gut gerade. Ah, da ist Miri. Doch nicht Miri. Miri hat wieder behinderten Schwammraketen gezündet. Und deine Haftforma habe ich auch überlebt, falls es dich interessiert. Nein. Was ist denn hier los gerade schon wieder, ey? Ja, mein Team ist zu Ende. Das sieht nicht so gut aus. Oder doch? Ich weiß so gern, was die Katze gerade von meinem Schreibtisch gebrochen hat. Oh, das ist interessant, oder? Aber ihr habt bei uns ganz schön aufgeräumt. Uff, ich glaube, ihr habt gewonnen. Nee, nee, nee. Ja, oh, 54%. Guck mal, das da oben. Siehst du das? Bei euch der beste große Blau-Druck. Ja, da war wahrscheinlich noch eine Schwammrakete. Das war meine Bombe. Ach, hast du jetzt Bomben neuerdings? Jeder hat doch Bomben. Nee. Die kleinen, runden Kugeln. Nein, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten damit. Das kommt auch auf deine Waffenkombi an. Was hast du denn da? Ich habe diese Haftbombe. Dann gibt es diese kleinen Minibomben. Ach so, ja, ja. Und dann gibt es Robobomben. Ich habe die Minibomben, richtig. Ja. Die hatte ich ja schon immer. Bomben hat ja jeder irgendwo. Ja, genau. Ich glaube, es gibt da auch noch eine andere Fähigkeit, aber ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf. Gibt es verschiedene, auf jeden Fall. Es lädt und lädt. Komm spielen. Christoph ist wieder gegangen. Christoph, das sind wir alle so kacke. Ja, ich war bester gerade in der Runde, aber sonst. Ja, ich war schlecht, das habe ich treffen nichts. Diese, ja, die Steuerung ist so überhaupt nicht meins. Deswegen spiele ich am Computer Ego-Shooter und nicht an der Konsole, weil ich irgendwie zu blöd bin, damit umzugehen. Na ja, vielleicht werden wir ja besser, wenn wir ein paar Mal gespielt haben. Ein paar Mal mehr. Und vielleicht muss man dem Controller auch die Bewegungssteuerung anmachen, aber da schreiben halt auch alle Zuschauer alles Mögliche. Ja, ich mach die an. Die Steuerung an einem Controller ist ganz anders, als die am Handheld. Das ist einer, der heißt Buttfart. Ah ja. Ja gut. Na ja, okay, danke schön. Sind wir eigentlich schon wieder nicht in einem Team? Nein, doch, wir sind jetzt in einem Team. Bist du auch orange? Ja. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Das Spiel meint es gut mit uns. Ich weiß nicht, was habt ihr für Tricks so? Wie lernt man mit einem Controller Ego-Shooter zu spielen? Also haut da mal Kommentare raus. Wie macht ihr das, damit das alles gut ist? Wie lernt man das, indem man es macht wahrscheinlich? Au, au, au. Es ist so viel. Überall sind diese kleinen Hockeys, die rumschwirren. Ja, das ist mein Ultimate. Und zwar in allen Farben. Sie haben mich rumgeschubst. Deine haben mich rumgeschubst. Und die Lilanen haben mich umgebracht. Oh nein, das tut mir so leid für dich. Die Katze hat ihre fünf Minuten, falls es dich interessiert. Sie klettert hier hinten auf Stuhle. Du meinst Items? Ja. Ja, wahrscheinlich auch. Du Katze, sagst du das? Wieso bin ich denn jetzt durchgefallen? Was ist denn da in der Kack? Es regnet schon wieder. Achtung! Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin aus Versehen in den Ultimate reingelaufen. Ha! 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 Boah, ich habe zwei Leute ganz allein getötet. Das habe ich noch nie geschafft. Komm zu dir! Nein, geh weg! Ich brauche keine Schnorrer. Fies! So, jetzt wird es witzig. Farbbomben! Alla dark, alla dark, alla dark. Das ist alles lila, aber Hauptsache du stehst bei deren Base und machst die. Und verteidigst nicht die Mitte. Das ist super von dir, finde ich. Es ist doch egal, wo die Farbe ist, oder? Ja, aber da werden sie es eh wieder einfärben. Nicht unbedingt. Oh nein, du hast ihn getötet, auf den ich die Schwarmraketen eingesetzt habe. Meine Güte, mach doch was. Ist das... Ist das... Sein Ernst? Er hatte eine Farbrolle und stand vor meiner Nase. Was soll ich denn tun? Mich umrollern lassen? Der produktiver ist er. Bei dem mir das mehr hilft. Buttfart hat mich getötet. Das ist der schlimmste Moment meines Lebens. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Fuck, 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 fuck. Nicht mich töten, ich habe gerade Bomben überall hingesehen. Saladin. Wo wir wissen, wie man Aladin schreibt, oder was ist dein Problem? Ja, genau das ist bestimmt sein Problem. Attacke. Ich glaube, wir verlieren dieses Mal. Gehst du bitte wieder raus aus meinem Team? Ich wäre gerne wieder ohne dich. Mach ihn tot. Ja, dann soll er runterkommen. Komm ran auf den Meter. Kommt da, kommt da. Wir schießen gerade zu dritt auf den und brauchen einfach eine halbe Stunde für den. Was ist denn los hier? Hallo, Kollege. Tötet ihn. Tötet ihn doch einfach hier. Wo ist er hin? Er läuft da hinten halt weiter. Okay, ich kenne die andere. Leute, tötet ihn doch. Könnten wir mal nicht einfach auf einem Fleck stehen? Wir verschwenden von unserem Potenzial. Unser Potenzial, achte, da oben ist es farbvoll. Hier ist wieder alles blau. Ja, ja, so. Saladin. Blau, blau, lila. Blau, lila ist unser Enzian. Oh, shit. Wenn beim Alpen glühen, wir uns wiedersehen. Ich glaube, wir haben das gewonnen. Ich glaube, das haben wir verloren. Nee, haben wir nicht. Niemals. Okay, aber guck mal. Ist auch eine ganze Menge Lela. Guck mal, da hinten habe ich alles orange bei der gegnerischen Base. Ja, das war gut. Aber ihr Lieben, das war es mit der heutigen Folge. Wir hoffen sehr, sie hat euch gefallen. Morgen gibt es das nächste Video. Bis dahin macht es gut. Und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss. 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 Musik